Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Scribble.io, zusammen mit Zombie, Manuel und Palette, das Team. Hallo! Wir spielen heute wieder mit Custom-Wörtern und zwar Tiere. Diese Liste wurde von kleiner Franz eingeschickt. Ich hasse dich. Schwein. Edgar? Nein. Vogel. Wartet. Wurm. Grill passt auch nicht. Oh nein, das ist eh, oh nein. Ach nein, ich kann den nicht zeichnen. Hä? Doch, gehen wir doch. Ach man, ich weiß das nicht. Also ich, ich, ich find's perfekt. Waaama, waa, waa, waaamm, waa. Ja, aber wahrscheinlich am L hat Zombie's erkannt oder sowas. Aber wir hast Du dasach schon erkannt, Alter! Ich hab kein L gehabt, ich hab noch gar nichts, ich hab's an der Papa einfach erkannt. Ja, sehr gut, Zombie, weil Zombie und ich sind einfach auf einer Wellenlegge. Auch, wenn man's ansonsten nicht merkt. Alter, wir verstehen uns blind. Äh... Da musst du sagen, das stimmt. Das stimmt, Paluten! JA! Jorge? Habe ihr schon wiedergeraten? Oh nein, das sieht falsch aus. Oh Gott, das will ich... Ja? Ja, okay, ich hab's aber auch erkannt. Was ist mit Zombie los? Oder wie'reck? Leute, ich, ich, ihr habt das erkannt? Ja. Das hätte ich nicht erkannt. Och, nochmal Frosch. Hä? Was? Hä? Das ist ein Mensch. Ja, das ist ein Baby. Ah, ach so. Ah. Ja, richtig geschrieben, danke. Oh, oh, oh. Ja, im Deutsch. Ach so. Sehr gut. Okay. Fein. Ich glaube, die Runde geht schneller vorbei, als ich dachte. Musst du komplexer malen, damit wir nicht zerhaken können. Ehre, äh, Tiere. Ehre, äh, Tiere? Autobahn. Das ist kein Tier, oder? Eine Autobahn? Doch. Oh, Thomas on Fire. Berggorilla. Eine Bergziegel. Ehm. Ein Schneelöwe. Oh, Schneelöwe wäre gut. Ja, aber da ist ja, da ist das denn jetzt Eis? Ich weiß es, es sind die Berge, glaube ich. Das ist schon weiß aus Grund. Je, 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 Tee. Oh, das ist das majestätische Tier. Das ist die Bergschildkröte, ja. Oh, das ist doch Palette. Schneekapsel. Warte, das hält gar nicht. Ein Schneeluchs. Schnee passt da nicht hin. Ich kann diese Bergpatschen. Ach so. Äh, Tigerlöwe. Was ist denn? Eine Nase. Ach ja, ein Panda-Bär. Und die kommen meistens. Ein Kruppliebpander. Ah, ach so. Der Wolf. Ja. Tiger Wolf, weil Tiger passt so schön hin, Leute. Tiger ist es. Leute, Tiger Wolf würde auch passen. F und R. Dingo? Hat grad wer gegoogelt? Nee. Ah, jetzt hab ich gegoogelt. Hey, hey. Leute, können wir nicht. Tiger in Schnee. Ja, es ist das Eis überall. Was? Und es sind Wölfe. Ach so. Eiswolf. Ja, fast. Schneewolf. Fast. Ah. Polar. Polar Wolf. Sommel wusste schon davor, dass das kommt. Ja, Polar hatte ich ja am Anfang geschrieben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es einen Polar Wolf gibt. Okay. Aber okay, kein Google mehr. Sorry. Zieht mir 175 Punkte ab. Lama. Ist das ein Pokémon? Ein Dodi. Ja. Hydro, dodododododri, wie hieß der? Ich hab keine Ahnung, wie das ist. Aber es ist ja Kluppaluten. Ja, ja. Verdammt. Sag mal, warum bist du denn überrascht? Tja, war. Weiß ich. Nein, wie heißt das Vieh denn? Toilette? Also jetzt wird es aber eklig gerade, ne? Wieso? Nein. Das ist Fell. Das sind Federn. Das sind Adern. Die haben Federn. Ah, Strauß. Okay, ja. Ja. Also sorry, das war das Pokémon. Ist mir nicht eingefallen. Das ist ein Strauß. Oh mein Gott. Ist das Pokémon nicht mit einem V nachempfunden? Nein. V ist das andere Vieh, stimmt. Jawohl. Ich hab die gerade im Kopf verwechselt. V und Strauß. Ups. Das bin ich. Eine Schnecke. Ja, fertig. Warte. Hinweis. So. Braucht keine Hinweise. Ach man. Was? Ich hab's mir auch direkt gedacht. Dann hab ich gedacht, nein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Dann hab ich aufgehört zu töten und dann war's das. Das steht bei Maudado ganz oft in den Kommentaren. Ach so. Ja, richtig. Ja. Bitte, hört auf, dass du schreibst. Bitte, hört auf, dass du schreibst. Bitte, hört auf, dass du schreibst. Bitte, schreib das mir. Ja, und dann packe ich so einen Filter. Ey. Dach, dach. Warte. Äh. Vogel. Äh. Das sieht süß aus, egal was es ist. Ein, ein, ein kleiner. Ah. Ah. Ja, Mace. Ach so. Das ist ja richtig süß. Ein Fuchs. Kleiner Fuchs. Kleiner Fuchs. Richtig süß gemacht. Das ist wie so eine Ratte. Okay, das ist am schwersten. So mag ich meine Füchse. Ich, 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 ich. Ja, du. Das erkenne ich. Das ist auch ein Sinn, warum du das bist. Ich habe hier das Fenster offen und hier zieht es gerade richtig rein mit so leckerem Essensgeruch. Oh. Nach was riecht es? Das ist ein Geruchpaluten. Ich weiß, es riecht nach. Nach lecker. Ja, ich kann, es ist so ein bisschen vielleicht so Richtung Bratkartoffeln, aber, oh ne, jetzt ist es vorbei. Oh ne, aber hier ist es noch. Was zur Hölle? Was bin ich? Warum habe ich solche Stelzen? Du hast so einen Hügel drin. Du bist ein Kamel. Hä, warum habe ich da einen Strich? Nein. Nein, ich habe gedacht, ich hätte das andere. Okay, okay, okay. Du dachtest, es war ein Stinktier? Ich dachte, ich hätte das Stinktier ausgewählt. Du dreckiger. Warum passiert das? Wie schaffst du das immer? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Zeit in dem Moment ausgelaufen. Ja, soll das jetzt sein? Ja, das ist jetzt das neue Tier. Ich hatte es doch schon richtig. Ah. Ja, Manu. Danke. Ne, ich bin raus. Ich habe schon meine Punkte. Gab es immer. Ich wollte gerade das Trinken ansetzen. Das ist mir eingefallen. Runde 3. Und ich fange an. Womit denn? Welches Wort wird du wählen? Oh, das ist aber kurz. Tiger. Kette. Kumpi. Es könnte Steini sein. Steini gibt es nicht. Alter, was ist das? Ich mache das. Nein, das ist keine Qualität. Was ist das? So eine kleine Hand. In den Kopf. Was? Blut. Nein, nein, das ist eine Zunge. Was sind das für Hände? Das sind Füße. Okay. Teddy. Und er hat Ohr. Nee, hä? Ist das eine Koala? Nee, Koala. So geschrieben? Nee. Er hat Ohrringe. Cola. Ja, ich habe ja gerade schon die andere Staffel. Ich weiß, wie ich das zeichnen soll. Warte, 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 warte. Das ist der ultimative Tipp. Ja. Nein. Nein. Hä? Hä? Was ist der Hölle? Was? Das ist ganz so. Das ist ganz so. Ja, was denn? Eins, zwei, zwei, drei. Er hat mir lebt. Sein Kopf ist auch proportional zu seinem Körper. Warum hat dein Ohrringe? Ja, das war Spaß. Ach so. Ja, welches Tier hat denn Ohrringe? Ich hätte nicht, Gonzo. Äh, das könnte jetzt sehr schwer werden. Ja, eine Erdnuss. Einfach mal hier so. Das war's. Vielleicht nur so ein paar. Ich habe einfach Ballen ein paar Mal falsch. Plässchen hier so. Die ging es dran. Und dann fertig. Mit A, mit C. Also, Abda, Abda steht alles richtig. Ja, danke. Free Willy. Danke. Hätte ich null erkannt. Also, ich wäre einfach nicht drauf gekommen. Bring, bring, bring. Der, sch, 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 ein Stern. Äh, wer? Der, der schreit. Das ist ein Vogel. Ein Vogel, der schreit. Vogel, Vogel. Ah, nee. Warum schreibe ich zweimal Specht? Nee, das ist nicht die ganze. Hä? Guss? Nee. Wir beruhig. Ja, aber warum? Was haben wir dir getan? Nee. Haben die einen schwarzen? Ja. Die sind eigentlich selber auch komplett. So. Ah, okay. Ach so. Was? Was wollt ihr von mir? Ein schwarzer Vogel. Warum ist der jetzt schwarz? Aber der, 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 also der Schnabel ist nicht schwarz. Kein Rabe, aber ein. Doch, der ist schwarz. Ist der aber schwarz? Echt? Ja. Der fühlt sich ein. Ich bin raus. Krill. Krill. Äh. Ja, 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 ja. Hä, aber die sind doch nicht fett, oder? Ja, ja. Ach komm, Alter, jetzt mach doch jetzt. Ich hab dir nicht so ein Hütchen oder sowas gemalt. Aber dann hat die Farben halt richtig gemacht. Ich, also nee. Wow. Die sind total sportlich drauf und er malt da so ein Fetti, Edgar. Sag mal. Ja, und die sitzen hier rum und... Ja. Ball, 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 ball. Es gibt keinen Ball. Edgar. Die haben einen gelben Schnabel. Da bin ich mir sicher. Hälfte. Und das sind recht kleine Flügel. Boah, ist der lang, der Schnabel. Nee. Ah. Ah, du hast auch... Guck. Recht und schwarz hat das vor. Oh. Ich weiß nicht, was... Äh, Ente. Die gibt's recht viel hier bei mir. Die seh ich immer. Ja, aber was denn? Sag mal. Ein kleiner Vogel, gelber Schnabel, der schwarz ist. Mit ne Meisen? Nee, nee, nee. Ah, ah, ah. Eine Ameise? Eine Ameise? Ach so. Ah. 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 Ich hab den richtigen Avatar gewählt. Wooh. Wooh. Oh. Hä? Hä? Extra-Runde? Extra-Runde? Wow. Hallo? Wow. Oh, das ist ein Fuchs. Hä? Ja, was? Nee, 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 nee. Das ist... Eine Hase. Eine Hase. Nase. Tochter, macht das... Tochter. 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 Hä? Hast du irgendwie eine Krankheit? Ist das irgendwie... Was denn? Ich oder ich? Kannst du das erkennen? Ihr beide? Ich hab doch gesagt... wie bei Crossing-Bewohnern aus. Äh, genau! Also an den Ohren konnte man's ja wohl... Ja, und Crossing-Bewohnern haben keine eckigen Köpfe und längere Ohren, die Katzen. Äh, oh Gott, ja gut, das sieht schon komplett falsch aus. Was ist das denn jetzt geworden? Ich hab's erkannt, Manu. Wir sind... Wir sind auch auf einer Welle, Digga. Was ist das denn? Oh, nee. Äh... Alter! Was hab ich hier gemacht? Das schönste Wesen. Äh, was? Warum kriegt so... ...Quallenfloss? Ah! Sie doch! Ist doch! Warum ist doch... ...wennigstens auf dem Rücken die Flosse? Ach, stimmt. Da ist ja was. Äh? Aber ich lass so für... ...für Palette. Hier. Ja, warum kriegt denn... Wenn du ständig tippst und wenn ich am Verzweifeln bin, dann kommt da nix. Ihr seid echt ganz witzig. Ich hab dir doch die Rückenflosse gesagt, das ist die Mare. Ja, aber oh, die Rückenflosse. Das letzte Mal habt ihr bei Amsel, habt ihr mir alles vorgesagt. Aber ihr seid echt gute Freunde. Ganz ehrlich. Wenn man euch als Freunde hat, braucht man keine Feinde. Nicht wieder heulen. Äh... 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 Och, Mann. Boah, Alter, ey, das war ne Zeit. Äh, keine Schlange? Hm? Ach so. Ne, kein Wurm? Hä? Ich hasse den Jungen. Raupe? Ein dunkler Fuchs? Koala. Ich hab vorhin gesagt, welches Tier ist das? Hä, wann? Wo ich den Fuchs gemalt hab. Was? Ja, hab ich gesagt, das sieht eher aus wie ein... Mh... Wie ein Luchs. Wie ein Lachs. Äh... Hat auch so kleine Füßchen in der Farbe. Eigentlich vier Stück oder ist ein bisschen länger. Vier... Vier Füße? Ja. Zombie, so ein Vieh, was du da grad gemalt hast... Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Äh... Ein laufender Kopf. Ein Vogel mit vier Beinen? Nein. Ist halt nochmal für die Loser. Ach so. Was hast du gesagt? Aha. Daran erinnere ich mich nicht. Dann kann ich mich auch nicht dran erinnern. Äh... Hat mir gereicht. Ne, das Gesicht hätte ich gedacht. Nee, das ist am Kopf. Achse... Achselotel Ja... Achse... Achse... Ne, nicht achsen, nureman. Achso... Achso... Der man spricht. Achso- 갑자기... Achso- quote. Achso-... Achso- plötzlich... Ach... So ein Scheißname Letzte Zeichnung Paluten, jetzt musst du was abliefern Oh ja, ich liefer mich, das war alles Performance verdient Hier mal jetzt gar nichts, jetzt musst du was abliefern Was soll das denn heißen? Nein, 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 äh, es froh Er lächelt, Mensch Menschi, ja Mein Lieblingstier, Mensch Er besteht aus Sch*** Ah, ah Hä, warte, was stimmt denn jetzt mit euch Warum, äh, kennt ihr das sowas einmal? Ja Du Scheißmann Nein, der hat Fell plötzlich Eine Reise in die Vergangenheit Ein Affe Das habe ich schon geschrieben Ja, ja, achso Aber was für ein Affe Guck mal, jetzt hat er eine Nase Er hat überall, was er gerne macht dabei Überall gelb Ich mag das nicht mehr Donkey Kong Ja, was ist das ein Mensch mit Fell braun Mensch ist das Donkey Kong War gar nicht das Letzte Ich mach nichts Das ist dein letztes Mal Los Palette Mal Jetzt musst du abliefern Los Palette Mal Jetzt sagt er das einfach nur nochmal um meine Gefühle hier Man, ja, ich kann halt nicht malen Hä? Ich hab nur gedacht, dass du was extra Gutes malst Ansonsten malst du auch immer schön und chic Nein Doch, klar Ich freu mich jedes Mal, wenn du malst Das Gribbel ist eine tägliche Demütigung für meine Malkünste Nein, nein Quatsch, ich find's süß Ich find's auch süß Ich muss immer weinen Du weinst bei allem, was ins Kribbel passiert Hallo? Also jetzt höre ich oft so jetzt, nee, das Ja, es ist ein Baum, ich hab's verstanden Ach Echt? Hast du's? Ja, ich hab's verstanden Wie mach ich, wie mach ich das denn? Hier so ein kleines, äh Achso Kennt ihr das, wo, so, wo das Vieh so ein Eggroll hat? Was? Nee, nein Nicht? Okay Äh, Schwein? Ja, aber ein bestimmtes Schwein Das ist glaube ich immer so Ah Schwein Was denn sonst? Ja, das könnte auch ein Felschwein sein Okay Felschwein Es heißt glaube ich Wollschwein Es heißt gar nicht Felschwein Achso, du meinst ein Wildschwein, meinst du? Nein, ein Wollschwein So, wer will das Tier sein? Ich Ich will's Manu will's sein Ich will's sein Das bin ich So guckt mein Avatar aber nicht Ach, ich bin Tiger für dich Unter Wasser Ja Wie mach ich das jetzt am besten? Oh mein Gott Ja, gut, war ich auch für dich Ja gut, dann mach ich einfach so Ah Komm, Zombie Du hast doch die Tabelle offen Hey, du hast doch gerade vor mir gerade Was flamst du mich jetzt? Ja, ich kam dran, weil ich jetzt gerade hatte Den Begriff Achso, nee, hatte ich noch nicht Ich hatte halt S als Anfangsbuchstaben Verunschalte mich schnell 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 verunschalten K CQ CQ Achso Bekiror Ja, ich bin Dritter Ich bin Dritter Gut gemacht Wie konnte er mich denn, weil er dann wieder die Sachen vorgesagt Ja, das stimmt Sagt er ja gerade CQ Alles klar, ich bin raus Ja, immerhin Okay Leute, vielen Dank fürs Zusehen Schaut bei den anderen vorbei Für super Videos Die streiten sie ja auch nie Die sind beste Freunde Bis zum nächsten Mal Wenn mal Äh, ein paar Luten gibt es wieder Olympische Friedenskontspiele Tschüss 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 Tschüss